bruh jo leute was geht pm pro place hier ich hoffe man hört mich jetzt so wie man jan hört weil nein mich hält mega leise kein Plan warum ich hab äh Golden Heavy ich lande mal hier hund hier unten mein Deutsch wieder am Start ja es wird nicht rausgeschnitten das war nämlich wie ich was ist die Granaten waren ich war etwas mit den Granaten war ich so aha wir machen das übrigens einfach nur zum Spaß weil wir das mal machen wollten und halt zu viel Zeit haben auch gefühlt Adam hier ist noch eine ja ich brauche keine Hilfe mir reicht die mehr als gut dann nehme ich zwei ja brauchst du ein Wiki? ja ok ich hab selbst es wird wahrscheinlich so einmal in der Woche ein Video kommen denke ich in den Ferien wahrscheinlich so ein oder zwei wenn ich halt mit der Aufnahme hinterher kommen oder ein Video ein Stream ja aber die Streams dann vielleicht so maximal drei Stunden würde ich sagen ja denke ich auch Jan ich hab übrigens ein Intro bekommen von dem anderen Jan Intro und Outro ah geil in den Kommentaren könnte ich mich einfach Lama oder Jan nennen weil wir haben auch Discord Server und da heißt ich halt Lama Cake lecker Cake Junge und abozu abozu werden auch nochmal andere Leute mitspielen ich bin stuck hier bei mir perfekt ich rede viel mehr als ich sonst rede ja das wissen wir ja ich hab in meiner Freizeit damals hält immer geübt wie man YouTube Videos macht also so von der Sprechweise und so hab ich das früher versucht zu üben aber wir müssen nun so ein LKB in die Zone ja ok falls ihr euch wundert warum nur ein Video in der Woche kommt außer wie gesagt schon in den Ferien wie man daran erkennen kann wir sind noch in der Schule wir sind beide sind einfach nur Hobby Streamer und YouTuber ja einfach nur für den Spaß hast du du hast ja nach finale Aufnahme gefragt ich werde wahrscheinlich die finale Aufnahme erst machen wenn man mich deutlich hört und ich das weiß also falls man falls ich das jetzt nicht ändern kann oder gut ändern kann dann ähm dann müsst ihr Leute müsst ihr halt ein bisschen lauter machen Leute also die Lautstärke vom Video ich hoffe das ist so ausgeglichen von den Tönen ich soll von einem Freund sagen wenn ihr voll geil sehen wollt müssen wir gucken ob wir das machen aber wenn ihr voll geil sehen wollt dann schreibt es in die Kommentare und wenn ihr wollt könnt ihr auch liken und vielleicht doch abonnieren aber müsst ihr nicht machen vor allem kann da keine ähm epische Auge rauskommen warum musst du dann Hämmer rauskommen ich mag Hämmer nicht ich kann damit nicht zielen kann generell nicht zielen aber egal ach so ja da müsst ihr besser von uns äh ich bin so gerade mal ich weiß nicht ob ich die Aufnahme davon aber ich bin so 4,5,6 fach edit manchmal auch 7 aber er spielt halt nicht mehr so aktiv ja deswegen ähm was ganz ganz wichtig ist hört euch Linking Park an ich hab gesagt nicht sponsort Jan ja das ist ja auch nicht gesponsort aber es ist für mich einfach eine gute Band deswegen will ich die weiterempfehlen hab ich das nicht ich mag ja auch Linking Park aber ich weiß nicht ob das Video jetzt copyright strikt wird dann wird es wahrscheinlich nicht weil wir spielen ja keine Musik ab von Linking Park ist da jemand? nein da ist ein Lootrop Junge Jan wohin? 600 Meter ja ja wir müssen eh so ne willst du in LKW rein? kein Plan wie der heißt wie hieß der? Mudflap? 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 bestes Englisch mal wieder Adam spielt übrigens auf PC und auf Maus und Tastatur und ich spiel auf Playstation und auch auf Maus und Tastatur ich hab mir nur kurz Lootrop markiert als Orientierungspunkt ah Gegner Komplett gelasert mit denen ja mach finish mach finish ha jetzt steht das im Chat ich hätte den Oskop hab ich zwar nicht mal hey so viele Hits as someone hab ihn ich treff natürlich wieder gar nichts ne ich schneid das Hü von mir raus und schneid das Hü Meme rein so ja ok ich komm ich komm ja komm her das sind 3 aber die greifen sich gegenseitig an also ich glaub du gegen Solu ist das da wenn du jetzt ne Heavy willst kann ich dir immer noch eine geben ne der eine ist fast Craig der eine schießt mit E11 auf die Entfernung leicht dumm an der Stelle sein Wildschwein ist weg ach den hab den hab den ok ich finish für dich ok er hat 50 also 48 ok einer unten drin ich sprint rein gut ja er baut Metall aber er ist dumm er ist dumm er macht nicht alles Metall was n Sniper auf pass auf hinten 50 der hielt sich auf offenem Feld ja 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 ich mich 3 29er ich lad Sniper nach goldene Striker 90 an den einen hab ihn ja glaubt willst du die Krone ja ich nehm Krone warte darf ich ok warte nimm die goldene Striker pass auf pass auf pass auf pass auf droppst du Krone warte 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 musst du nicht er ist gut hab ihn ach so ja also wenn du willst aber ich würde die auch gern behalten ja kannst du was ja immer wieder um sie 4 glaub ich hab 13 14 oder so 3 3 äh 3 legendary sachen winter davon sind 2 ich brauche ich brauche den bg ich brauche auch ein hinten lag noch einer vorne da sind noch 2 ah ok habe ich nicht gesehen weil vorne lag halt noch einer ja ok metz sprays voll ok metz ist auch ganz ok 2,5 tausend ungefähr äh schild brauchen wir nicht hast du alles nachgeladen jaja ich hab grad auch nochmal die zone kommt jetzt lass hier oben drauf sind das metallwände nö das ist ein zaun bruh ich hab metallwände willst du welche nö ich hab äh 10 recht brauchst du metz ich hab alles voll metz also ich könnte ein bisschen metall denke ich mal gebrauch gebrauchen hier hinten sind welche 48 nochmal 48 der ist crack oh junge so ich hab gesehen wie knapp das war junge hier liegt viel holz ich glaube die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen vorsicht ja 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 ich bemerke das ich bemerke das 115 den einen ich muss mich hier Leute wir sind jetzt auch nicht warm gespielt weil wir grad erst angekommen sind deswegen Jan pass auf der wird dich wahrscheinlich pushen jetzt oh netz spray für 1 hp war jetzt leicht dumm ich glaube ich sehr gut hab ihn ich hab nicht mal gecheckt dass wir jetzt gewonnen haben ich auch nicht eine baum ich lach nicht ich emote nicht ich mach meinen baum emote weil du so schlau wie ein baum bist ja lass lobby egal aber gute runde ich 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 ich